Jetzt mal eben kurz verkabeln. Passiert nichts. Einfach die Hand aufmachen. Sind Sie ein bisschen mitraus? Ja, das können Sie aber immer noch tun. Ich bin doch hier. Also, die Spielregeln mal schnell erklärt. Zehn Fragen würde ich Ihnen stellen. Bitte nur mit Ja oder Nein beantworten, ja? Nur mit Ja oder Nein. Wir messen dann an einem Gerät diese... Oh Gott, tut ja mir leid. Ich komme wirklich richtig schlimm vor. Also, wir messen... Oh, sure you do. Ja, glaube ich auch. Kann ein schöner Mann jedes Mädchen kriegen? Yes or No? No. Können Sie sich auch ohne Drogen berauschen? Können Sie sich auch ohne Drogen berauschen? Of course. Gibt es im Leben etwas schöneres als Motorrad fahren? Yes. Sind Sie der schlechteste Bassist der Welt? Yes. By far. Sind Sie gerne verliebt? Yes. Very much. Sind Sie gerne Kinder? Sind Sie da? Yes. Sind Sie Sie? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.